Krawallen in Bern. Mehrere Nächte haben sich jugendliche Strassenschlachten mit der Polizei geliefert. Herzlich willkommen zu UNFRAGEN, der unvermummten News. Nach der Räumung des besetzten Hauses Reffingerstrasse kam es zu Ausschreitungen. Wir haben die Kalten gefragt, warum. 10% sagen, in Bern ist doch jetzt Kinderfasnacht, oder nicht? Und 90% meinen, wir waren langweilig bei den alten Zuhause zu Mauern. Die Berner SVP bedankt sich bei den Kalten für diesen Stellpassen, weiter in die Schulabstimmung vor das Volk zu bringen. Oder wie es schon in der Bibel heisst... Noch Fragen?